Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch heute geht es wieder um Nachhaltigkeitsmanagement, die zweite Einheit über modernes betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement unter besonderer Berücksichtigung der Erfordernisse der Dekarbonisierung. Mein Name ist Günter Getzinger, ich leite die Science Technology and Society Unit an der TU Graz. Kurzer Überblick über den Inhalt dieser Einheit. Also wie gesagt, betriebliches Treibhausgas bilanzieren steht heute auf der Tagesordnung. Die Roadmap to Net Zero, es geht um Carbon Management. Zunächst im ersten Teil normgerechtes Treibhausgas bilanzieren. Wir werden uns ganz kurz mit der ISO 14.064 und mit dem Greenhouse-Gas-Protokoll befassen, über System- und Bilanzgrenzen sprechen, über Treibhausgas-Emissionen Scope 1, 2, 3. All das werden Sie noch hören, was das genau ist. Festlegen von Zielen zwischen und Teilzielen. Backcasting, ein ganz wichtiger Begriff im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung von Unternehmen, aber auch Produkten. Festlegen von Maßnahmen, Roadmapping, Wasserfalldiagramm sind die nächsten Schritte. Wir kommen dann zur internen und externen Kontrolle. Muss alles auch kontrolliert werden, was wir hier machen. Kennzahlensysteme, Nachschärfung der Roadmap und last not least, aber besonders wichtig, Kommunikation und Transparenz. Normgerechtes THG-Bilanzieren, Treibhausgas-Bilanzieren. Die Basis dafür sind zwei Dokumente, die sich im Wesentlichen durchgesetzt haben, wo man weiß, dass die liefern die richtige Basis für Treibhausgas-Bilanzierung. Das ist die ISO 14.064-1, die festlegt, wie Organisationen, also nicht Produkte oder etwas anderes, Gebietskörperschaften, wie Organisationen, insbesondere Unternehmen, ihre Treibhausgas-Emissionen bilanzieren müssen. Noch präziser ist das Greenhouse-Gas-Protokoll, wo sogar auf Branchenebene versucht wurde, Hinweise zu geben, wie eine Bilanz auszusehen hat. Wir haben hier kaum mehr Interpretationsspielraum. Wir müssen uns an diese beiden Dokumente halten und uns daran orientieren. Zunächst einmal muss natürlich ein Referenzjahr festgelegt werden. Von wo an beginnt man? Wo beginnt man? Mit 2017, mit 2019, 2020, 2021 sind wenig empfehlenswert. Das waren besondere Jahre mit der Corona-Pandemie. Vielleicht 22 oder auch erst 23. Wir müssen uns klar werden darüber, was unsere Datenquellen sind und in welcher Qualität uns die Datenquellen etwas liefern. Ob das hohe Qualität, also sehr präzise ist, Messwerte beispielsweise oder eben nur Abschätzungen sind. Wir müssen die Quellen der Emissionsfaktoren ausfindig machen. Das sind im Allgemeinen Ökobilanz Datenbanken wie Gemis, EcoInvent, Gabi oder auch das österreichische Umweltbundesamt oder das deutsche Umweltbundesamt. Also es gibt Umweltagenturen in allen europäischen Ländern, die auch gute Qualitäten für nationale Emissionsfaktoren sind. Und last not least, auch wiederum besonders wichtig, all das muss gut dokumentiert werden. Wir müssen darauf achten, auch die Probleme, auch die Schwierigkeiten, auch die Zonen der Unsicherheit gut zu dokumentieren, damit allfällige Menschen, die diese Bilanz übernehmen, das weiterbilanzieren, in den nächsten Jahren bilanzieren, genau Bescheid wissen über die Probleme schon im Basisjahr. Nächster Schritt, System- und Bilanzgrenzen. Da entscheidet sich natürlich sehr, sehr viel. Es gibt ein paar Richtlinien, an die man sich da halten muss. Bilanziert wird selbstverständlich alles, was im Eigentum des Unternehmens steht, was besitzt wird, was benutzt wird, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Es müssen Finanzflüsse verfolgt werden und man kriegt dann doch einen sehr guten Eindruck davon, was zur Bilanz dazugehört, was eher nicht dazugehört. Und selbstverständlich dort, wo wir Einfluss haben, wo wir Einfluss haben auf die Emissionen, das befindet sich innerhalb der Bilanzgrenzen. Und es wird ein Jahr bilanziert. Zunächst das Referenzjahr und dann jährlich wiederholt oder zweijährlich, dreijährlich wiederholt, immer wieder ein Jahr, das bezüglich der Treibhausgasemissionen bilanziert wird. Es geht nun also um eine Treibhausgasbilanz. Eine Treibhausgasbilanz, die selbstverständlich alle Emissionen, alle Treibhausgasemissionen erfassen muss. Man unterteilt sie in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. Was ist das? Was ist Scope 1? Scope 1, ganz einfach, sind die direkten Emissionen, die unmittelbar am Betriebsgelände entstehen. Wo etwas verbrannt wird, entsteht meist CO2. Dieses CO2 muss erfasst werden. Scope 2 sind ein Teil der indirekten Emissionen, nämlich die, die über leitungsgebundenen Energieträger emittiert werden. Scope 3, das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung einer Treibhausgasbilanz, sind indirekte Emissionen, beispielsweise jene, die upstream, also bei den Lieferungen auf das Betriebsgelände oder downstream im Zusammenhang mit den Produkten entstehen. Es müssen alle treibhauswirksamen Gase erfasst werden, also nicht nur CO2, sondern beispielsweise auch Methan oder Lachgas. Im nächsten Schritt werden Ziele zwischen und Teilziele festgelegt. Es geht um Backcasting. Es geht darum, dass zunächst einmal ein Gesamtziel mit Terminisierung, ein sogenannter Claim erstellt wird. Zum Beispiel Klimaneutralität bis 2030, wovon 80% Reduktion sein sollen, 20% Kompensation, also sozusagen die Reduktion von CO2 aus der Atmosphäre mit Hilfe von bestimmten Technologien oder auch biogener Natur. Primär geht es immer um Reduktion der Emissionen. In den nächsten Jahren wird es fast ausschließlich darum gehen, erst ganz am Ende dieser Zeiten, die wir uns setzen, wird es auch um Kompensation gehen müssen. Ausgehend von diesem Gesamtziel müssen wir ein Backcasting erstellen. Das heißt, wir müssen zurückschauen in die Gegenwart, von diesem zukünftigen Zeitpunkt in die Gegenwart und für alle Emissionskategorien und Emissionsunterkategorien einen Weg zeichnen der Reduktion. In Wechselwirkung damit steht das Festlegen von Zwischen- und Teilzielen in allen Emissionskategorien und Unterkategorien. Ergänzt wird das auch natürlich, wo das möglich ist, durch Forecasts, in dem wir versuchen, einzelne Maßnahmen in ihrer Wirkung abzuschätzen. Im nächsten Schritt geht es um Festlegen von Maßnahmen, die Erstellung eines Wasserfalldiagramms und um ein Roadmapping. Wir müssen eintreten in einen Maßnahmenfindungsprozess, diese Maßnahmen auch beschließen, selbstverständlich aber vorher das Budget dazu festlegen. Zum Nulltarif wird es Dekarbonisierung nicht geben. Wir müssen effiziente Maßnahmen ausfindig machen, Maßnahmen, die sozusagen viel bewirken für den eingesetzten Euro. Es geht darauf aufbauen, um die Erstellung eines Wasserfalldiagramms, eines Diagrammes, mit dem wir nachweisen können, durch den Einsatz von bestimmten Maßnahmen, durch das Ergreifen von bestimmten Maßnahmen, ist das angestrebte Ziel erreichbar. Wir müssen darstellen die jährlichen Emissionen bis zum Zieljahr. Daraus ergibt sich so etwas wie ein Emissionsbudget, also die Summe der Emissionen, die wir emittieren werden bis zum Zieljahr. Dieses Diagramm sollte natürlich eine konkave Kurve sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die kräftigsten Maßnahmen in den ersten Jahren der Roadmap stattfinden sollen. Auf keinen Fall konvex, das bedeutet nämlich, dass wir in den ersten Jahren fast nichts erreichen und in den letzten Jahren, und das ist dann besonders teuer, sehr viel erreichen müssen. Die Zusammenfassung der Maßnahmen, der Maßnahmenbündel, der Teil- und Zwischenziele, des Wasserfalldiagramms, der Darstellung der erwarteten jährlichen Emissionen und des Budgets, also des finanziellen Budgets, zu einer Roadmap, das muss beschlossen werden und das muss kommuniziert werden. All diese Dinge zusammen bezeichnet man als Roadmap. Im nächsten Schritt geht es dann natürlich um interne und externe Kontrolle. Wie macht man das? Das macht man mit Kennzahlensystemen. Es geht aber auch um Nachschärfung. Also regelmäßige Überprüfung der Umsetzung der Maßnahmen, jährlicher Fortschrittsbericht, wo auch dargestellt ist, wer für welche Maßnahmen verantwortlich ist. Wer ist der Umsetzungsverantwortliche? Wer ist dafür verantwortlich, dass tatsächlich etwas passiert in diesen einzelnen Bereichen der Maßnahmen? Es geht letztendlich um Nachschärfung und Ergänzung der Maßnahmen, insbesondere bei Planabweichung, Roadmapping, auch über das Zieljahr hinaus, insbesondere im Hinblick auf Kompensation der nicht vermeidbaren Restemissionen. In Summe ist das wie immer beim Umweltmanagement, beim Nachhaltigkeitsmanagement eine revolvierende Planung. Sehr empfehlenswert ist eine externe Evaluierung bzw. ein Audit. Es ist immer auch gut, wenn man externe Expertinnen und Experten beauftragt, einen kritischen Blick auf die eigenen Maßnahmen, auf die eigene Roadmap zu werfen. Letztes Thema, aber ein besonders wichtiges Thema, Kommunikation und Transparenz. Meine Damen und Herren, bitte publizieren Sie Ihre Ergebnisse. Kommunizieren Sie Ihre Ergebnisse im nicht finanziellen Berichterstattungsteil Ihres Unternehmens. Kommunizieren Sie über Ihre Website, insbesondere natürlich den Nachhaltigkeitsbericht, so er schon erstellt ist, auch Details durchaus. Also die Treibhausgasbilanz beispielsweise sollte auf der Unternehmenswebsite publiziert werden. Besonders wichtig aber ist die interne Kommunikation an Ihre Mitarbeiter. Sie müssen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahezu alle mitnehmen in Ihrer Dekapitalisierungsstrategie. Wichtig auch Kommunikation an die Stakeholder. Die kennen Sie natürlich besser als ich. Sie müssen genau wissen, wer sind Ihre Anspruchsgruppen, an die Sie eben gezielt die Informationen zur Nachhaltigkeit, zur Treibhausgasbilanz weitergeben. Kommunizieren Sie bitte mit Hilfe von Kennzahlen, Indikatoren, Jahresreihen, sodass es leicht und gut für jedermann und jede Frau verständlich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei. Bis zum nächsten Mal.